Hallo, wir sind hier wieder bei NESA Und NESA ist ein ganz schönes Spiel Denn NESA stützt ab und zu mal ab Also wie Server zumindest Und wie ihr auf der Karte seht, ich bin da Steffen ist da oben und Tom ist da unten Wir versuchen jetzt alle getrennt voneinander zu überleben Und ein paar Rohstoffe zu sammeln Und ihn in der Savezone zusammen zu tragen Äh, um uns endlich mal hier krassen Scheiß zu holen Da ist ein Vieh schonmal, okay, komm her du Wichser Komm her, komm her Ich bin in der Savezone zurück, ich bin fast am Arsch Ich bin in der Savezone noch, immer noch Unprotected, okay Der kann mich nicht angreifen, muahaha Hier geh ich schon mal ran Alter, der wird bestimmt der los schlagen, wenn es geht Jetzt Wo ist er? Leute habt ihr eigentlich mal bekommen, was auf der Karte Da diese Apartmentkomplexe sind Oh, ich bin schon in der Savezone Nee Ich geh da jetzt mal hin Ich guck mir das mal an Apartmentkomplexe? Ja, ich bin grad in dem Sumpfelbiet Und das südliche Apartmentkomplex claimt Okay Ich guck mir das jetzt mal an Ich werd erst mal aus dem Sinne ficken Warte, du wurst beschossen? Zurecht möchte ich sagen Zurecht möchte ich sagen Zurecht Zurecht Das ist ja frech Das ist ja richtig frech Oh Mann, Alter Eieieiei, war das grad knapp Hast du Yvonne? Oh Gott Steffen Hast du Yvonne Lebst du noch? Habe Immer Yvonne Das Spiel ist jetzt noch viel abgefahren Aber ich hab einen Schrank gefunden Den kann ich plündern Gefunden Und habe eine Metallpipe gefunden Herzlichen Glückwunsch, Alter Ja Bisschen richtig viel mit anfangen Denn mit dem Metallpipe kannst du bestimmt einen Gewehrlauf bauen Oder irgendeine Faxen Ein riesen Snipergewehr kann ich dann bestimmt bauen Kaliber 20.000 Mindestens Und One-Shot Acht Monster tot Mit Explosive Munition Ich muss mich heilen Ich bin am Arsch Ich habe nur Pisse Mit denen man sich nur 100 heilen kann Ich hab gar nicht schon heilen Ich bin richtig krank Ich geh einfach so raus Doch, ich hab Pillen bei Was hilft Pillen? Ähm, die machen Die restoren Ähm 275 Alter ein Screamer Nein Ne, sogar 275 Der kann ja spucken Diese Saufie Der Saufie, Alter Der kann spucken Der hat mich angespuckt Also Screamer kann spucken, Leute Da musst du aufpassen Ich hab äh Ich hab äh Ich hab äh Ich hab die Masken gefunden Lol Ich hab die Masken gefunden Patty? Sind Screamer nicht aufgeregt? Ne, das sind andere Okay Offe roffe lol Bin an der Helikopterabsturzstelle Bin an der Helikopterabsturzstelle Und habe wieder mal Äh, Schrotmunition gefunden Für die ich keinerlei Verwendung habe So, warte mal, kann ich jetzt hier weiter? Oh Gott, der Druck gehört jetzt spielen Übrigens das Blocken Du verlierst trotzdem Ja, aber Ja, wenn sie springen, ja Aber nicht wenn sie normal schlagen Hab ich grad ausprobiert Das geht hundertprozentig Das hat mir irgendwie halt besser gefallen Als wir noch diese Nagelschusspistole hatten Wofür wir uns am Anfang auch gleich Da hast ein riesenvieh Da hast ein riesenvieh 30 Schuss bekommen haben Ja, das war natürlich noch ne geile Zeit, Leute Aber da müsst ihr dran nicht drinnen Damals Das war mal Irgendwas ist hinter mir Irgendwas ist hinter mir Ja, was will man da machen? Da kannst du dich nur ausloggen, oder was? Bei was denn? Ja, ich habe jetzt 100 Health Ja Hab kein Geld mich zu heilen Und Ja Musst du entweder sterben wie ein Mann Oder dich ausloggen wie ne Pussy Ja, ich glaube ich log mich aus wie ne Pussy Bringt ihr da aber ne Schaum? Willst du nicht ausloggen? Nein Du kannst doch nicht umloggen Nee, das ist ja auch blödsinn Aber ich glaube ich hab hier dreimal netherblut Ich glaube da krieg ich irgendwas für Da kriegst du glaube ich eine Flasche Wasser schon für Jetzt mal ohne Scheiß Warte schon mal in dem Sumpfgebiet Ja Das ist ja gar nichts Also weder Monster Doch, da hab ich Ja, da sind keine Monster Also nicht so viel Aber da hab ich letztens zum Beispiel gefunden Ähm Diese ganzen Polizeikiste und so ein Kram Auf irgendwelchen Ruinen Da hab ich Waffen gefunden übelst Ach, Lügen tust du Nee, wirklich ich hab die beiden Desert Eagles da gefunden Das war schon eine geile Zeit damals im Sumpf Ich glaube in den Westingsbums gibt es hier gar keinen Händler hier für Diese Schredder Teile Doch, diese komischen roten O's Diese O's Ja, find ich hier nicht Die müssen da irgendwo sein, die sind überall eigentlich So, ich hab erstmal eine M16 gefunden Na, siehste, sag doch Oder zumindest Bauteile hast du hier gefunden oder was Kraft Gans Eine Flasche Wasser hier gefunden im Store Und Ein Energy-Riegel Alter, da liegt viel Stuff rum, Alter Eine Can-Food Alter, ich hab richtig viel Scheiße hier gefunden gerade Alter, hier sind noch mehr Wo ist viel Essen, der hab ich gerade gefunden? In so einer Tankstelle Geht in die Tankstelle, Leute Das bringt richtig was Kann man schwimmen? Ähm Das weiß ich gerade nicht Ich versuch's Wenn das kann Gut, man ertrinkt einfach Irgendwie auf die komischsten Geräuscharten Bist du ertrunken? Ne, also, ne, aber Das ist dann, du brüllst dann halt unter Wasser so Au, au Au Hast du eine AP verloren? Ne, gut Ja Natürlich Scheiße Ich kann echt nichts machen, ja Kann meine Creeper-Scheiße Will ich nicht verkaufen Ich kann aber auch nicht mit handeln Weil hier keiner ist Anscheinend So, Entschuldigung Ja, und Ich kann nicht rausgehen, weil ich nur noch 160 HP habe Man kann auf jeden Fall immer rausgehen Ich hab grad hier einen übelst krassen Place gefunden, wo irgendwelche Leichenteile brennen Warum auch immer Klingt logisch Da ich jetzt hier droppt Was ist jetzt hier rausgekommen? Manchmal machst du Kistluft, da kommt gar nichts raus Also, ich bin jetzt mal bei diesem Apartment-Komplexes Claimed by Hop Heart Da ist gar nichts Alter, ey, das Spiel, ganz ehrlich Das ist nicht mal In der Alpha Das ist Pre-Alpha Ja Naja, Pre-Alpha ist das nicht Der Sound knackt und backt übelst rum Die Menüs stimmen nicht Das, was der Chaos stimmt nicht Ja, warum ist das denn so pingelig? Das ist ja na pingelig Also, wenn ich ein Spiel rausbringe, was angeblich laut deiner Info dann echt draußen ist Find ich das ganz schön mies Dabei hätt's eigentlich eine ganze Menge Potenzial, finde ich Hat das ja auch, weil, guck mal Ja, also das ist ja vom Prinzip her eigentlich die War-Z-E-Cloud Weil in War-Z, was ja jetzt ein bisschen anders heißt und was mit Investigation Oder weiß ich wie es jetzt heißt Äh, da gibt es ja auch Save-Zones und den Kram und den Also es ist eigentlich genau dasselbe wie DayZ-Bus ein bisschen anders Weil, ich finde den Aspekt mit diesen Monstern halt geiler als mit Zombies Muss ich mir ehrlich sagen, weil Zombies ist einfach mal langweilig geworden Und das finde ich mit Monstern irgendwie geiler, bloß ich finde die Monster müssten einfach auch so sein Da man ja noch die anderen Spieler hier am Sack hat Dass die Monster zum Beispiel nur nachts kommen oder so Hab grad den Nether Potion getrunken Nachdem ich mir die Instructions durchgelesen habe, stand da Ja, you must be really mad oder Really stupid to drink this Ja, musst du ja auch Jetzt wirst du zum Crawler Du bist jetzt ein Vieh oder was? Äh, noch nicht Ist irgendwas mit dir passiert? Nö Ich verstehe nicht, was da jetzt passieren soll Die Frage ist, was ist hier in diesem Haus? Aha, Stacheldrahtzaun Alter, 10 Dollar habe ich für diese improvisierte Shotgun jetzt gekriegt Hast du Shotgun und hast den nicht benutzt oder was? Ich habe eh keine Munition dafür und die ist eh scheiße Die sind Luftdruckgewerb, wir hatten aber Ja, diese improvisierte Kackding da Okay Aber ich hatte da Muni für, also wäre cool, wir sind jetzt aufgehoben Alter, dieses Knacken von dem Sound, ey, das ist so nervig Bei mir knackt gar nicht Ist ja auch nicht, was du meinst, also mein Sound ist eigentlich Ich habe immer so einen Knacken drin Ich habe zum Beispiel auch nicht das, was ihr sagt, dass der Sound von euch lauter wird in der Serverliste Das habe ich wieder nicht Der wird leiser in der Serverliste und danach lauter In deinem Kopf knackt das einfach nur Kann natürlich auch sein Lol Offen Du bist quasi beknackt Alter, ich habe gerade hier ein Lager gefunden Äh Hallo, hier liegen Exe rum und hier liegen Katanas im Schrank rum Und die könnte ich eigentlich alle aufheben Ja, mach Na, ich habe jetzt hier was mitgenommen Hier ist eine Marete noch Und eine Crowbar Was ist denn hier los? Komm hier nicht aus dem Ding raus, glaubt ihr das? Ich habe einen Quartana Aber warum gibt es denn so einen Ort hier? Hm Drop Also, ich weiß nicht, irgendwie ist das äh, strange Das ist alles sehr komisch Ich verstehe nicht, was das hier für ein Ort sein soll Ich habe hier, hier gibt es alle möglichen Waffen, die man sich mitnehmen kann Also hier, äh, äh, hier ist ein Bolus-Sword und eine Axt und eine Axt und alles mögliche Mitten einfach nirgendwo, oder was? Ne, hier ist so ein roter Kreis drum Also da, wo ich gerade auf der Map bin halt Also ich muss jetzt hier echt warten, bis ich mich halt habe Weil ich kann weder was kaufen und noch kann ich rausgehen Weil sonst bin ich gleich tot Dann mag ich mich mal ein bisschen auf dem Weg zu euch jetzt, wa? Also ich habe jetzt vier sachten Katana halt und, äh, freue mich jetzt irgendwie Vielleicht wäre ich von irgendjemand erschossen, kann auch sein, aber Im Moment freue ich mich erstmal Da lagen überall Schlagwaffen Ich verstehe nicht, was das für ein Ort sein soll Ah, ich könnte jetzt was sagen, aber ich lasse Was denn? Sag jetzt! Boah, das war so richtig, so richtig so Naja, ich könnte jetzt was sagen, oder so Ja, ich habe ein Geheimnis, aber das, ja, nee, das kann ich nicht sagen Erzähl mal jetzt! Ich muss dir ganz dringend was erzählen, ach nee, doch nicht Erzähl mal, Stefan, was wolltest du mir sagen? Nee, das wäre dann, das wäre dann wieder auf die Kori-Schiene hinausgegangen Ich bin die Kori-Schiene Wer ist Kori? Das wollte ich nicht Die Kori-Schiene? Wo komme ich denn über die Brücke rüber hier? Ich gucke mir so lange was bei 9Gag an Bei 9Gag? Das ist schon mal ein paar die rucht, alter Klingt wie eine Pornoseite Das sind aber nicht Heißt ja nicht 9Fab 9Fab? 9Fab Ach ey, komm hier Gar nicht über die Brücke rüber, oder was? Was soll das jetzt hier heißen? Ach, die Brücke ist da unten Das heißt, ich muss da irgendwie runterkommen Na wie geht denn das? Oh, wollen die mich verarschen Wir sind gar nicht mehr so weit voneinander entfernt, war Patty? Aber du willst dich auf den Weg zu Steffen, ne? Jaja, ich muss hier erstmal irgendwie klarkommen Patty muss mich hier übergleiten Muss hier erstmal klarkommen, alter Das ist ja wie ich grade bin Wie komme ich denn hier runter? Habt ihr eigentlich schon mal mitten im, also außerhalb der Safe Zone einen anderen Spieler getroffen? Ja, in der mich erschossen hat Ich hab ihn abgeschnitzelt, wo jetzt keine Safe Zone mehr war Da hat er so einen Crawler angegriffen Und ich hab ihn einfach umgeschmissen Umgeschmissen hast du ihn Umgeworfen, sozusagen Er fand mich ziemlich umwerfend Patty, hast du ein Riverside Outpost-Päckchen? Äh, Digga, ich bin hier grad irgendwo im Nowhere, alter Ich habe einen Dann baller doch schnell noch runter nach Süden Ach, du bist da unten Nee, ich muss hier mal irgendwie kicken, dass ich jetzt hier wieder wegkomme Ich bin jetzt grad auf so einem Haus, wo ich hier runterkomme Irgendwie Ich komme nicht mehr runter Loll Ist das deiner Küste eigentlich sicherer? Was waren denn jetzt diese roten Punkte? Waren das echt Nester? Ja, das ist halt das, wo ich jetzt war und da habe ich grad Osten Scheiß gefunden Und die kommen ja auch irgendwie nicht mehr runter Bitte, 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 oder esse diese Äh, Loot-Drop-Ding Nee, da bin ich nicht gewesen Alter, ich hab wieder äh, Essen gefunden, Ups viel Wir müssen halt feststellen, wir sind voll die Kack-Nubs Richtig Da geht's momentan richtig gut Also, Essen habe ich ohne Ende, Leute Ich nicht Und ich sehe überall so eine Flieger Äh, dropp ich jetzt am besten hier Ach, diese komischen Scheiß-Masken hier Ich hoffe, ich sehe mich nicht Bist du in der Safe Zone noch, oder? Nee, ich geh jetzt raus Alter, boah, als aufs Deal, boah, als aufs Deal Aber richtig krasser Typ Ich bin jetzt scheißegal Oh Gott, du bist zu krass, Mann Wird ja auch irgendwann mal Zeit, ja Steffen, ist mir zu krass Geh mal Richtung Süden Ich? In meine Richtung Okay Gut, ich komm dir mal entgegen auf der, äh, Brücke, ja Ich hab nämlich eine Waffe, ich hab Waffe und Essen für dich und so Ich bräuchte was zu heilen, das wär schön Das hab ich auch bei Kann man jetzt über die Brücke, ich bin jetzt, ich geh jetzt über die Brücke rüber hier Wie kann man sich nochmal hinhocken? Zeh, ne? Vielleicht leuchtet hier der Chucky Irgendwie nicht Sixty Minutes Survival Bonus Yeah, Alter Watt, kriegst du da XP, oder was? Dann kannst du skillen Alter, ich hab um sich Skillpunkt Ich hab jetzt mein Melly Skill für Level 10, äh, hier auf Level Alle Melly wieder 75 Dollar gekriegt Melly 75 Dollar gekriegt Und 300 XP Bin ich die Schwester von Nelly? Wer? Melly? Nelly Bestimmt Keine Ahnung Nee, die kommt einfach nur um Alpha Beta nach Oder heißt die Benelly? Steffen, wie sieht's aus bei dir? Du bist ja fast bei mir Ich laufe gerade Hier sieht's ganz gut aus Lass an der Tankstelle treffen Guck mal hier Siehst du vorne rechts Na auf der Straße vorne geradeaus Kommst du erstmal auf meine Seite? Ich komm jetzt nach links, ja Renn mal geradeaus weiter Ich renne hier gar nichts Oder geh geradeaus weiter Mann Du bist da über korrekt, alter Nee, ich wollt bloß sagen, ich werd hier nicht rennen Machen wir nämlich gerade deine Buchsen Hier sind zwei Schaufeln ausm Na gut Oh Gott, ein Crawler Vorbeigerand Einfach vorbeigerand Geil Aber ich freu mich mal nicht zu früh Oh Gott, er hat mich gesehen Vorbeigerand Ey, einfach vorbeigerand Oh Gott, er hat mich gesehen Also ich bin jetzt in der Riverside, äh, Riverside Outpost Naja, wir sehen dich Wir kommen dann da wahrscheinlich runter Ich bin too heavy Ich kann nicht mehr mitnehmen Komm jetzt her zu mir Ach du Scheiße Hier ist ja Krieg Ja, hier ist gar keine Das ist natürlich doof Ich hab Geld gefunden 30 Dollar Wup, wup, wup Ich bin rich 30 Dollar Ich bin rich, Alter Hast du im Auto gefunden, war, oder? Nee, in dieser Tankstelle hier Wo läufst du nur lang? Du sollst die Straße runter zu mir Ja, ich musste erstmal auf die Straße rauf Hä, du, ach du bist ja vorbeigelaufen Aktuell sagt man zur Tankstelle Ach, ich komme jetzt zu dir Warte, wir treffen uns in der Mitte im Haus Warte, dann kannst du gleich das Zeug aufnehmen Weil ich da abgeschlachtet habe Warte, dann kannst du gleich das Zeug aufnehmen Komm mal hoch zu mir Du musst doch hier irgendwo sein Hier, wo ich jetzt stehe, liegt das Zeug nach vorne Warte mal, ich muss erstmal hier rinkommen Eigentlich müsste ich dich sehen Du musst halt gleich in dem Haus vorbeikommen, oder? Ich bin jetzt hier Warte mal Ein anderer Spieler Soll ich ihn töten? Na klar Wenn du kannst Wo ist er, Paddy? Ich sehe dich gar nicht Ich komme Ich komme hinten durch Hier ist noch eine Mülltonne Ach, da hinten, jetzt sehe ich dich Komm zu mir Warte Da hinten liegt er halt auf dem Ding, ich sehe jetzt glitzern Alter, ich habe eine Knarre hier von Also ein Stück wieder, von der Knarre Alter, schon wieder einer Ja Wie komme ich denn hier durch? Der ist einfach neu spawnd Ich glaube ich muss auf der Warte, der Creeper? Ja, der Zeug war weg und der ist neu spawnd Was für ein Scheiß, so schnell spawnen die neu? Anscheinend Der rennt jetzt hier rum So warte Da hinten ist übrigens irgendwas auf dem Haus Das hat halt glitzern sehen Da wo die großen Treppen sind Wo bist denn du? Das sind jetzt Glitzer Wo bist denn du? Ich habe dich gerade schon gesehen Ja, da bin ich Wo denn? Ach, da Hinter dir Welches Haus? Äh, geradezu da wo die Treppen sind Da ist was, was die glänzt hat Lass auf da Da ist ein Creeper Ja, das ist der, der gerade neu spawnd ist Der rennt jetzt hier rum Der rennt weiter Der sieht uns nicht, der ist an uns vorbei gerannt Der rennt jetzt da durch Habe ich auch gedacht Habe ich auch gedacht, als ich dann gestorben bin, fast Richtig Aber hier heile ich mich jetzt komischerweise nicht, ne? Alter, hier ist noch ein Dings Hier ist noch ein Truck Ist hier was drinnen? Ne Lass hochgehen Hier hinten ist noch ein Polizeiauto was glänzt Jetzt wird's dunkel Aber das ist auf der Rückseite Ja, komm, dann gehen wir erstmal hoch hier Die Polizeiauto ist bestimmt irgendwas drinnen mit Waffen oder so Das ist der Versuchung irgendwie das für Tom erreichen Was hat hier glänzt? Ich krieg auch nicht Jetzt glänzt hier nicht mehr So, pass auf, ich dropp dir erstmal ein bisschen Zeug, weil brauchst du da zu essen oder was? Ne, ja, nicht wirklich Verband Zeug wäre geil Ja, warte, ich geb dir Pillen Meine einzelne Pillen die ich habe, Alter Dann dropp ich dir noch eine Can Und das dropp ich dir auch noch Ich hab, äh, ich hab für einen 5,56 Barrel Äh, ein Stück Für ne Rifle Für so ne Sniper Rifle die von Damage 375 450 Okay So, nimm mal die Kills Da drüben ist ein Flieger, Alter Bei Hunger und Stamina hast du so Ach so, ist so ein Energy Ding oder was? Ja Ja, cool So, wir machen jetzt mal den Part jetzt fini Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei, äh, Nether Bis dann, ciao! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017